Wer kennt es nicht, das Heißluftgebläse im Backofen? Bei uns gibt es am Donnerstag, Freitag und am Samstag das Kaltluftgebläse. Da kommt ein strammer Ostwind auf uns zu und der lässt uns die gemessenen Temperaturen deutlich kälter empfinden, als sie eigentlich sind. Hier sehen wir mal farblich dargestellt die Frühtemperaturen am Freitagmorgen, und zwar die gefühlten Frühtemperaturen. Die liegen hier bei Norddeutschland zum Teil bei minus 5, minus 6 Grad, in Westdeutschland so bei 0 bis minus 4 Grad und nach Osten und Süden hin um die minus 4 bis minus 5 Grad. Gemessen sind es dann meist nur Werte zwischen minus 2 und plus 4 Grad, aber aufgrund des strammen Ostwindes empfinden wir das Ganze deutlich kälter, als es eigentlich ist. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Ja und das alles nennt man den sogenannten Windchill-Faktor. Der Wind kommt und der Wind lässt uns gemessene Temperaturen eben kälter empfinden, als sie eigentlich sind. Das ist natürlich im Winter gerade eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, eine sehr kalte Angelegenheit. Also bei gemessenen minus 5 Grad und Windböen bis zu 60 kmh, da sind wir schnell bei gefühlten Werten um die minus 10 bis minus 15 Grad. Und dann kann es natürlich auch zu Erfrierungen kommen. Ganz so kalt ist es bei uns zum Glück in den nächsten Nächten nicht, aber für leichten Frost reicht es. Und dann eben mit diesem strammen Ostwind ist das alles gefühlt noch ein klein wenig kälter. Der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Mittwoch. Ein Hoch ist mal kurz zu Gast, aber hier auf dem Atlantik, da liegen schon so ein paar Tiefs auf der Lauer. Aber erstmal erreichen die uns nicht und deswegen ist es heute in den meisten Landesteilen freundlich. Ausnahme Richtung Alpenrand, dort regnet und schneit es zum Teil munter weiter. Der Schneefall vor allen Dingen so Richtung Alpen ab 700 bis 1000 Metern, da kann auch mal was liegen bleiben. Aber im Rest des Landes dann doch meist so ein Mix aus Sonne und Wolken. Vielleicht hier und da ein paar Spritzer Regen, die Temperaturen meist so um die 8 bis 12 Grad. Im Alpenvorland um die 4 bis 5 Grad, dort bleibt es deutlich kühler. Die kommende Nacht bringt im Süden direkt in den Alpen immer noch Schnee, Regen und Schnee. Ansonsten viele Wolken nach Norden, da lockern die Wolken auch mal auf. Und die Temperaturen, die gehen auf Werte um die 3 bis 0 Grad zurück. Es gibt also stellenweise Luftfrost und teilweise eben auch Bodenfrost. Der wird sich aber in den nächsten Nächten nochmal ein klein wenig verstärken. Vor allen Dingen Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag. Der Donnerstag selbst am Tag recht freundlich, nach Dunst und Nebel. Hier und da auch mal viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen so 7 bis maximal 11 Grad. Nur hier unten direkt am Alpenrand, da bleibt es deutlich kühler. Zum Teil nur um die 3 bis 4 Grad. Anfangs fällt hier noch Regen, ab 900 bis 1000 Metern auch immer noch Schnee, Regen oder Schnee. Zum Freitag ist dann auch Ruhe im Süden. Auch da kein Schneefall, kein Schneeregen mehr. Überall ist es dann überwiegend freundlich. Und die Sonne kommt zum Zug. Die Temperaturen erreichen im Norden so 7 bis 11 Grad. Ansonsten 12 bis 15 Grad südlich der Mainlinie. Das ist dann wahrscheinlich auch der freundlichste Wettertag in dieser Woche. Wir erwarten regional so 7 bis teilweise 11 Sonnenstunden. Nicht überall wird direkt die Sonne scheinen. Stellenweise ist es auch morgens nochmal neblig oder dunstig. Aber dann kommt die Sonne mehr und mehr zum Zug. Und auch der Samstag verspricht zumindest nach einem kalten Start recht freundlich zu werden. Aber da sind schon ein paar mehr Wolken unterwegs, Hochnebelfelder, Dunstfelder. Da hat es die Sonne insgesamt schwerer als am Freitag. Die Temperaturen relativ ähnlich maximal um die 9 Grad nach Osten. 12, 13 Grad in der Landesmitte. Und bis zu 15 Grad werden da am Oberrhein gemessen. Der Sonntag ist dann meist überall Wolken verhangen, stark bewölkt bis bedeckt. Aber Regen ist erstmal noch kein Thema. Erst zum Abend kommen aus Westen neue Regenfälle herangezogen. Und die Tageshöchsttemperaturen erreichen 8 bis maximal 12 Grad. Wir blicken auf das Wettergeschehen in der nächsten Woche. Auch der Montag beginnt zunächst mit dichten Wolken. Da fällt im Südwesten weiterer Regen. Die Temperaturspanne reicht von 4 Grad am Alpenrand bis hin zu 11 Grad am Niederrhein. Der Rest so mittendrin. Viele Wolken, eher ein grauer Wochenstart. Erst zum Dienstag kann sich zumindest mal im Norden zeitweise wieder die Sonne blicken lassen. Das Ganze bei Temperaturen hier um die 7 bis maximal 10 Grad. Kühler bleibt es da aber im Süden. Hier gerade mal 4 bis 8 Grad. Viele Wolken und Regen oberhalb von 600, 700 Metern kann es auch Schneeregen oder Schnee geben. Zum Mittwoch dann schon wieder überall recht freundlich mit recht viel Sonnenschein. Ein paar lockere hohe Wolkenfelder ziehen vorüber. Und die Temperaturen erreichen so 8 bis 13 Grad. In der Sonne gefühlt ist es zum Teil noch ein klein wenig wärmer. Ja und die Ensemble-Prognose, sie verrät uns erstmal, da tut sich relativ wenig beim Märzwetter bis zum 21. März. Es bleibt ziemlich konstant. Die Tagestemperaturen so um die 10 Grad im Norden. Und die Niederschläge werden immer weiter zurückgerechnet. Da kommt kaum noch was runter in den nächsten 10 bis 14 Tagen in der Nordhälfte von Deutschland. Wir blicken auf den Westen, auch hier insgesamt eher, naja, weiterhin ruhiges Märzwetter. Temperaturen am Tag meist um 10 Grad. Nachts auch mal im Bereich von Bodenfrost. Viel Niederschlag ist auch hier nicht zu erwarten bis zum 21. März. Erst ab dem 11. bis 12. März gibt es wieder ein paar Niederschlagssignale. Zuvor bleibt es aber dann doch mal längere Zeit auch trocken. Also der März will wahrscheinlich gar nicht mal so nass werden, wie beispielsweise der Februar oder eben der Januar, beziehungsweise wie insgesamt der Winter 23, 24 gewesen ist. Und auch im Osten wird relativ wenig Regen berechnet. Die nächsten Tage bringen da kaum Niederschläge. Erst ab dem 11. bis 12. März gibt es etwas mehr in Sachen Niederschlagssignale. Aber auch das ist nicht wirklich viel, was bis zum 21. März berechnet wird. Die Temperaturen auch hier im Osten relativ konstant. Immer so mittel um die 10 Grad, mal ein bisschen darunter, mal ein bisschen darüber. Aber auch hier gilt, Märzwinter ist eher unwahrscheinlich bis zum 21. März. Da kann es vielleicht auch danach nochmal einen Kaltlufteinbruch geben. Wäre auch nichts Ungewöhnliches im April. Aber eine längere winterliche Phase ist zunächst mal nicht zu erkennen in den Ensembles bis zum 21. März. Und wir schauen nach Süddeutschland. Hier zunächst nochmal viel Niederschlag. Heute, wie gesagt, vor allen Dingen nochmal direkt an den Alpen. Wird es nochmal richtig nass werden. In den höheren Lagen kann es auch Schneeregen oder Schnee geben. Danach auch hier mal zwei, drei trockene Tage. Dann nochmal Niederschläge. Die Temperaturen ansteigen so auf 10, 11, 12 Grad. Dann etwas zurückgehend auf 5, 6 Grad. Und dann hinten raus schon wieder ansteigend auf 10, 11, 12 Grad. Das sind im Grunde völlig normale Werte für die aktuelle Jahreszeit. Wir sind eben verwöhnt. Ich sagte es bereits im Februar. Der Februar war wärmer als ein Durchschnittsmärz. Und wahrscheinlich werden wir den März kühler empfinden. Auch wenn der normal ausfallen sollte. Oder leicht zu warm. Weil eben der Februar so extrem zu warm gewesen ist. Und die Landesmitte, ja, die zeigt auch kein anderes Bild. Die Temperaturen bleiben meist so um die 10, 11, 12 Grad bis zum 21. März. Also keine strammen Ausreißer Richtung 20-Grad-Marke oder gar darüber. Aber eben auch keine Kältewelle mit Dauerfrost. Und ab und zu fällt hier bis zum 21. März stellenweise auch mal ein klein wenig Regen. Zum Abschluss heute nochmal der Blick auf den Sommertrend 2024. Da hat sich relativ wenig getan. In den meisten Landesteilen von Deutschland wird ein Sommer berechnet mit 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Nur hier im Südosten beträgt die Abweichung maximal 0,5 bis 1 Grad. Was heißt das? 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel 1991 bis 2020. Wenn das so kommen sollte, dann wäre der Sommer 2024 tatsächlich im Bereich der 10 wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor über 140 Jahren. Wir schauen auf die berechneten Niederschlagsabweichungen für den Sommer 2024. Da kann man eigentlich kaum eine Tendenz ablesen. Insgesamt dominiert die Farbe weiß. Das heißt weder zu nass noch zu trocken. Vom Regen, vom Niederschlag her ein völlig ausgeglichener Sommer. Aber daran kann man natürlich keine Extremereignisse ablesen. Beispielsweise sowas wie die Ahrtalflut. Sowas kann man überhaupt nicht bei diesen Jahreszeitentrends mit einberechnen. Das sind extreme Einzelereignisse. Das hier ist quasi eine Mittelung über drei Monate, ein Klimatrend. Und das kann eben niemals einzelne Extremereignisse erkennen. Wir sehen hier im Fall der Niederschläge eher ziemlich ausgeglichen. Aber insgesamt ein recht warmer Sommer 2024. Ob der große Hitze bringen wird mit 40 Grad plus X, kann man ebenfalls aus dieser Prognose überhaupt nicht herauslesen. Das war es vom Wetter am Mittwoch. Später begrüßt euch an dieser Stelle wieder die Kathi. Tschüss, bis bald.